Musik 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 Und somit herzlich willkommen zu endlich mal wieder einen Österreich-Vlog, einen Sankt-Jodok-Vlog. Den letzten hatten wir im Winter und deshalb würde ich sagen, probieren wir jetzt im Sommer nochmal. Was ihr seht, die Sonne ist noch nicht da. Es soll rein theoretisch regnen, gerade jetzt, aber zum Glück regnen. Ich habe keinen Pullover mit, weil unten im Bozen hat es jetzt schon über 20 Grad und da denkt man halt nicht dran. Aber nachmittags soll es ein bisschen sonniger werden. Und zwar sind wir gerade von hier oben gekommen, vom Brenner runter. Der Brenner ist hier in die Richtung. Man kommt von da oben runter, fährt hier in den Tunnel rein und kommt dann hier raus. Ja. Und das ist dann eben eine Kehrschleife und man geht dann hier weiter Richtung Innsbruck. Und wir haben jetzt den gesamten Juli den Umleiterverkehr hier auf dem Brenner, der von Tavisio herkommt. Das heißt, wir haben jede Menge Güterzüge. Ich bin schon beim Hochfahren die ganze Zeit an Güterzügen vorbeigefahren, die an Bahnhöfen standen. Jeder Bahnhof, der Ausweichgleise hatte, hatte diese auch voll mit Güterzügen. Der Brenner war auch voll. Und ja, das wird heute spannend. Ich denke mal, es wird recht viel mehr sein als normal. Wir haben hier jetzt auch noch die Roller und ganz leise kommt er an, der Regio Richtung Brenner. Und man sieht hier echt schön, wie der eine Steigung hinter sich lässt. Beziehungsweise hier diese Steigung. Was das für ein Stück ist. Ja, das hat was. So, jetzt geht's ab. Jetzt haben wir hier unten ein Regio und da oben. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ich glaube, ein Regionalexpress, weil der sollte hier, glaube ich, nicht halten. Jetzt habe ich euch die Spannung aber rausgenommen von der Kurve. Die wollte ich euch eigentlich mit einem Güterzug zeigen, weil es da spektakulärer ist. Aber hier haben wir diese Kurve mit der enormen Steigung. Hier haben wir dann den Tunnel Richtung Bahnhof. Und den Bahnhof, den habt ihr gerade gesehen, da fährt nämlich gerade der andere ab. Der fährt jetzt auch in den Tunnel und ist dann jeden Moment hier bei uns. Und jetzt gucken wir mal, ob die das hinbekommen, parallel zu machen. So, da unten kommt er raus, hinter dem Kirchturm. Held am Bahnhof, Sankt Jodok. Und hier hören wir jetzt den zweiten Regio kommen. Das ist mal eine Action hier. Zwei Regios in einem Bild. Alle beide modernisiert. Mensch, ist das schön. So, eben, der hier fährt jetzt Richtung Brenner. Ich denke mal, hinter dem könnte sich ein Güterzügler verstecken. Mal gucken, ob da was los ist oder nicht. Auf der Seite hat er auch Grafiki auf allen beiden Seiten. Ah ne, der hat sich ja immer gewendet. Das ist auch lustig. Dann sieht man jetzt von Sonderbeklebungen zum Beispiel beide Seiten. Die Güterzüge haben hier übrigens teilweise Schiebeloks hinten dran. Die werden dann am Brenner wieder abgehangen. Die fahren eben von Kufstein aus wahrscheinlich immer mit. Und werden dann am Brenner wieder abgehangen. Vorne dann zwei Loks, die ziehen. Und hinten eine Schiebelok. Und das ist dann meistens ein bisschen ein älteres Modell von Lokomotion. Und vielleicht sehen wir das jetzt, ja. Vorhin habe ich schon drei Loks vorne gesehen. Mal gucken, ob wir jetzt ein Sandwich auch sehen. Im Wintervlog haben wir das. Und ja, es soll jetzt anfangen zu regnen. Es war nur zwei Stunden und nur leicht. Aber ich bin hier unter einem Baum. Ich bin für alles gewappnet. Das Signal da unten, das auf der rechten Seite, das ist übrigens immer recht lange grün. Da das vermute ich mal einfach nur ein Vorsignal oder ein Signalanzeiger ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt. Aber hier wird sozusagen grün, beziehungsweise erst wieder orange, sobald der Zug das nächste Signal erreicht hat. und nicht bei dem Signal. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das passieren wird. Also, das Signal unten ist jetzt noch orange. Aber der Zug kommt schon. Und ich dachte mir, eins, dass das Tiroler ist. Und zwei, dass es passiert, dass hier das Signal noch orange ist, während der Zug hier angerollt kommt. Denn das passiert mir immer, wenn ich nicht in Italien bin. Und rein in den Tunnel. So, gleich kommen sie da unten wieder raus. Mal gucken, wie lange es dauert, bis das Signal grün wird. Das ist noch immer orange. Ich finde es nur gerade auf der Kamera nicht. Ich weiß nicht warum. Aber in echt sehe ich es. Und, ja, also das passiert mir sowohl in Deutschland, als auch in Österreich, dass die Züge oft ankommen und dann halt langsam Fahrt machen, bis das Signal grün ist. Und nur in Italien ist es halt mir noch nie passiert, dass ein Signal rot war und der Zug trotzdem angekommen ist. Er stand zwar schon mal da, aber gerade angekommen, während das Signal rot war und halt gewartet, bis es grün ist. Nee. Aber so wie der gerade fährt, bleibt der nicht stehen. Ich denke mal, bis der dann beim nächsten Signal ist, ist das wieder grün. Also der wird hier nicht stehen bleiben müssen. Ja, jetzt ist es wieder auf grün gehüpft, noch bevor er das Signal erreicht hat. Und es regnet halt wirklich. Ich habe einen Regenschutz für meine Kamera dabei, aber für mich nicht. Das ist super. Das ist übrigens eine Roller. hinten da weg drin als Schieberlok. Oder war das eine Taurus? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade verwirrt vom Regen. Ich bin... Also gestern bin ich noch erhitzt bei 30 Grad auf dem Berg. Und heute... Ja. Aber das ist halt Brenner. Zum Glück habe ich mir den Baum rausgesucht. Das regnet halt nicht nur leicht. Danke, Wettervorhersage. Und der Baum ist aber auch nicht so die beste Hilfe. Der nächste Zug müsste dann rein theoretisch schon der 1826 nach Innsbruck sein. Auf den warten wir jetzt. Dahinter ist dann der Railjet verspätet ein bisschen. Und dann ist Potenzial wieder frei. Aber mal sehen, was wird. Und hoch auf den Brenner. Mittlerweile ist das Signal vom Brenner runter auch schon wieder grün. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann schon für den 1826 ist. Oder ob das dann vor dem 1826 ein Güterzug noch ist. Aber dann lassen wir uns überraschen. Na, schau mal einer an, wem wir da unten haben. Einen Talent in der Sonderlackierung. Den habe ich doch gern. Es ist nur blöd. Natürlich, das Zeug aus dem Norden, aus Richtung Innsbruck, das kann ich nicht so gut fotografieren. Weil hier halt der Tunnel ist, aus dem er rauskommt. Und da kann ich jetzt nicht so wirklich gut fotografieren. Da muss ich halt so nachfotografieren. aber das geht auch irgendwie. Ich mache mich eigentlich gerade bereit für den 1826. Es wäre natürlich schön, aber das würde jetzt so schnell nicht gehen. Der ist jetzt nicht so schnell hier, dass die sich kreuzen. Weil das wäre halt schon geil, so eine Sonderlackierung. Aber naja. Wenn ich jetzt auch Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ach du Scheiße Alter wie geil ist denn das bitte eine L44 an einer Rola und das ist Rola das heißt die kommt wahrscheinlich wieder zurück und die werden wir jetzt wahrscheinlich nochmal sehen weil die andere die mir entgegen gekommen ist mit der Vectron hinten dran die wir vorhin gesehen haben die ist auch vorhin auf dem Brenner gestanden ich denke mal das wird die stündlichste sein die nur bis zum Brenner fährt und danach wieder zurück heißt die könnten wir später wieder zurück haben die L44 wird zwar nicht vorne sein weil oben wird ja nicht gewendet der fährt ja dann sozusagen rückwärts wieder Richtung Innsbruck beziehungsweise Kufstein oder wo auch immer die hinfährt und deshalb wird die nicht vorne sein aber wir sehen sie zumindest nochmal und man hat sie gehört man hat unten schon gehört dass das keine Taurus ist dass das nichts ist was normal ist und dann hat sich das mit den 1826 leider ein bisschen naja ich habe ihn zwar fotografiert aber ich wollte ihn euch eigentlich nachschwenken und unten am Bahnhof zeigen und die L44 konnte ich euch auch unten nicht zeigen ach das ist schön das ist einfach nur geil das freut mich jetzt so das Signal unten ist wieder grün Richtung Innsbruck und das heißt der Railjet ist jetzt dran insofern sich nichts davor geschlichen hat das kann jetzt natürlich auch passieren aber von der Zeit her müsste das schon der Railjet sein und der kommt eben jetzt auch wieder von oben wie der 1826 der ist eigentlich immer dahinter und ja frag nicht was das für einen Sinn hat einen Schnellzug der nicht überall hält hinter einem langsamen Regio der überall hält beziehungsweise hier lässt der St. Jodok zum Beispiel aus aber der hält dann den Bahnhof danach Steinach in Tirol und ich weiß nicht was das für einen Sinn hat und ich höre einen Zug es ist der Railjet und da unten ist er wieder Railjet 184 von Bozen nach Wien Hauptbahnhof mit dem nächsten Halt in Innsbruck und hier fährt er gerade durch den Bahnhof und wie ihr seht hinten die Lok sie ist richtig sie zeigt richtig es ist doch perfekt schöner kann ein Railjet nicht aussehen außer er ist blau so damit ihr die Steigung seht ich habe jetzt den Spot gewechselt und wir waren vorhin da oben wo der Zug gleich ist hier hinter dem Haus und eben hier rollt er gerade runter und hier oben ist die Linie schon wieder da ist der Bahnhof die Railfanatic und zwei Tone TX-11 die habe ich gerade eben schon gesehen zum Brenner hinfahren und jetzt fahren die halt wieder zurück das ist generell eine komische Sache obwohl das mehr Systemlokomotiven sind die auch in Italien fahren wechseln die sehr oft am Brenner oben also die werden dann am Brenner weggenommen und dann wieder an den Zug Richtung Österreich gebracht obwohl sie eigentlich nach Italien weiterfahren könnten mit dem Material mit dem sie am Brenner angekommen sind ich weiß jetzt nicht warum das so gehandhabt wird aber ich finde es ein bisschen merkwürdig weil wenn man sich schon extra mehr Systemlokomotiven holt damit die auch in Italien fahren können damit man am Brenner nicht so viele Züge switchen muss aber naja wird schon irgendwas zu bedeuten haben also hier haben wir jetzt den Bahnhof und hier geht es dann weiter Richtung Innsbruck da oben ist dann die Strecke wie sie vom Brenner her kommt und dann geht sie hier in den Tunnel rein und hier ist jetzt das zweite Tunnelportal da kommen sie dann raus so dann Das war jetzt einer der Umleiter. Den hätte ich hier noch nie gesehen. Mit einer 185 und dahinter eine 186. Und hinten drauf war ein Mars-Zug. Den hatten wir schon mal, aber der ist recht selten hier. Das ist meistens immer ein Umleiter, wenn der bei uns ist. Hier kommt jetzt nämlich der erste Eurocity des Tages. Und zwar der Eurocity von München nach Bologna. Der hat aber ein bisschen Verspätung, 10 Minuten. Hier sehen wir jetzt eben leider nicht in die Kurve oben rein, weil eben dieser Berg und der Wald im Weg ist. Und eben hier dahinter ist dann der Bahnhof. Und in die andere Richtung ist dann der Tunnel. Hatte der gerade zwei Fahrradwagen? Ah ne, das eine wird der Bistrowagen gewesen sein. So, das war jetzt der Regionalzug Richtung Brenner. Auf den habe ich jetzt ein bisschen gewartet. Und wir gehen jetzt rüber Richtung Innsbruck auf dem Radweg oder halt was auch immer das für ein Weg ist. Übrigens der Talent in der Sonderlackierung, der ist schon wieder zurück Richtung Innsbruck. Der hatte dann einen zweiten Talent hinten dran, als er wieder vom Brenner zurückgekommen ist. Den haben wir leider verpasst. Aber ich meine, wir haben ja einmal gesehen. So, ich bin hier wieder am Bahnhof. Und just in time kommen mir da oben zwei TX-All-Locks entgegen. Und die Ansage habe ich jetzt auch schon gehört. Und dann haben wir eben hier oben diese ordentliche Steigung. Und man sieht schon, es sieht jetzt eher durchgebogen aus, man sieht schon, dass es eine ordentliche Steigung ist. Und dann geht es hinten beim Tunnel wieder raus. Jetzt bin ich natürlich an der falschen Seite. Die kommen jetzt auf meinem Gleis. Aber das geht schon. Der Bahnsteig ist hier ja ein bisschen breiter. Na toll, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ach Gott. Hatte der gerade die Tür aufliegt? Hier Richtung Innsbruck, das ist recht bequem, geht es direkt vom Bahnsteig runter. Und man kommt dann hier auf so einen kleinen Weg, der neben der Strecke entlang geht ein bisschen. Und das ist eigentlich recht bequem, bis auf den Regen, der gerade einsetzt. Aber ein Trainspotter tut, was ein Trainspotter tut. Interessant. So, und den sehen wir hier gleich Richtung Innsbruck weiterrollen. Ich muss hier leider ein bisschen mich in Schutz nehmen vor dem Wind. Hier mit meiner ganzen Technik, vor den Regen. Deshalb kann ich jetzt nicht weitergehen auf die offene Strecke. Ist ein bisschen blöd, aber ich hoffe, dass das bald mal wieder aufhört. Und das könnte jetzt die Taurus sein, die wir vorhin als Lokzug hatten. Wer weiß. Oh Gott, bin ich ein Dulli. Ich habe die Aufnahme beendet. Und jetzt habt ihr es nicht gesehen. Das war die Alt 44 an der Roller dran. Also die, die, die wir es überhaupt vorhin nicht sehen haben, hochfahren. Ist jetzt runter. Und ich blende euch hier das Foto ein. Die war auf dem linken Gleis. Das ist ja perfekt, um das so hinzustellen, als wäre die gerade hochgefahren. Weil dann wäre es ja wieder auf dem rechten. Und dann muss ich einfach nur Lichter dazu photoshoppen. Übrigens, das ist jetzt schon eine Minute her. Und das Signal auf der linken Seite, das ist einfach so lange noch grün. Auf jeden Fall ist das bisher weird, dass das jetzt auf einmal auf der linken Seite war. Aber naja, mir gefällt es. Fotos sind auch gut geworden. Ich fände es nur scheiße, dass ich es nicht richtig aufgenommen habe. Na toll, jetzt wollte ich hier eigentlich weitergehen. Aber hier bauen die. Der Weg ist gesperrt. Ach, kacke. Aber es wäre ein recht schöner Spot zum Fotografieren. So, mit einem kleinen Umweg sind wir jetzt wieder hier auf dem Weg. Ist wirklich nur dieses kleine Stück. Ah, da drüben sieht man noch den Güterzug, der mal gerade entwischt ist. Richtung Brenner. Der macht eben hier Richtung Innsbruck sind wir. Richtung St. Jodok Bahnhof. Hinten macht er dann die Schleife und der geht jetzt hier hoch durch den Wald. Richtung Brenner. Ja, ist recht schön hier. So, ein bisschen weitergegangen und wir haben tatsächlich eine recht schöne Stelle, wo man recht über den Zug ist. Aber das geht schon halbwegs. Und ich zeige euch hier mal ein bisschen, wie es hier aussieht. Weil es ist einfach geil. Das ist sogar für mich sieht das atemberaubend aus. Keine Ahnung. Weil es halt einfach was Ungewohntes ist. Da kommt ein Zug. Eine F-Bahn Richtung Brenner. Hier hat man auf jeden Fall Vorwarnzeit. So, und die macht jetzt Halt in St. Jodok. Und dann fährt ihr hier über diesen Berg zum Brenner. Keine Ahnung, wie, wo genau, aber wird schon irgendwie gehen. Und hier, guckt euch das mal an. Die Autobahnbrücke. Das sieht doch geil aus. Wir haben es gleich Mittag. Und dann kommt Eurocity aus beiden Richtungen. Und ich höre schon wieder einen Zug. Aber aus der falschen Richtung wieder. Und ich höre schon wieder. Ich bin jetzt zwei, drei Schritte weitergegangen. Richtung Innsbruck haben wir dieses wunderbare Bild. Und einen Güterzug. Wow. Also, das sieht einfach nur geil aus. Der fährt jetzt Richtung Brenner. Und der hat hier ordentlich Kurven. Hier ist eben ein bisschen schön, weil hier alles recht weit oben ist. Also man selbst auf dem Weg. Und es sind noch viele Güterzüge, die ich vermisse. Also ich bin heute in der Früh ja hochgefahren. Ich habe einige gesehen, die ich jetzt noch immer nicht gesehen habe. Und das ist halt schon ein bisschen kritisch. So, was haben wir denn hier schönes? Eine 189. Mit einem vollen Autozug. Das sieht schon geil aus. Aber hier wieder mal perfektes Timing. Jetzt kommt die Sonne auch ein bisschen raus. Oh, hier ist eine Überführung. Denkt ihr, das ist ein Aquadukt und man kann da nicht drauf? Oder denkt ihr, das ist... Also da ist ein Weg auf allen beiden Seiten. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Das sieht ja geil aus. Ist das Wolf? Ist das schon die Ortschaft Wolf? Nee. Weil ich weiß, dass es in Wolf etwas gibt, das auch so aussieht. Also auch mit dieser Unterführung. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in Wolf bin. Hier geht es dann eben weiter. Hinter diesen beiden Häusern ist eben diese Kurve, in der wir gerade standen. So, ich gehe jetzt mal weiter gucken. Das hat mich neugierig gemacht. Also hier muss man halt auch einfach anhalten. Alter, sieht das geil aus. Da haben wir es. Einen Güterzug. Der sieht auch aus, als wäre es ein umgeleiteter. Weil ich die Wagen... Also Kesselwagen haben wir hier normalerweise von einer anderen Firma. Deshalb bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, vor allem der ist ein bisschen... Also von hier aus sieht er ein bisschen kürzer aus. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich kürzer ist oder das einfach nur die Distanz ausmacht. Und Tavisio drüben, um darauf zurückzukommen, da sind sehr viele Güterzüge von der ÖBB. Also da hat man wirklich sehr viel ÖBB. Und deshalb, ja, das könnte ruhig einer von dort sein. So, der macht da ein bisschen langsam. Ich habe mal nachgeguckt. Ja, wir sind schon in Wolf. Also das ist halt schon eine Nummer, diese Autobahn. Die macht mich fertig. Diese Brücken und diese ganzen Konstrukte so hoch, das hat was. Eurocity kommt jeden Moment. Jetzt haben wir es 11.40 Uhr. Um 12 Uhr ist der am Brenner. Ich habe jetzt nie genau die Zeit gemessen, wie lange so ein Zug braucht auf dem Brenner hoch. Aber mehr als 20 Minuten sollten das eigentlich nicht sein. So, hier haben wir jetzt den Regio vom Brenner Richtung Innsbruck und weiter wird er dann irgendwo hingehen. Da weiß ich, wie gesagt, nicht Bescheid. Sehr schön. Der Eurocity meldet sich jedoch nicht. Ich hoffe jetzt so auf den Eurocity. Aber am Ende hat er nicht mal irgendwas Besonderes dran. Und ja, aber hauptsache ich bekomme irgendwas aus der Richtung. Ich glaube, mich trifft ein Bär. Geil. Ist zwar nicht die richtige Lok dran, aber der Wagen dahinter. Der ist interessant. Jetzt wohl. Jetzt könnt ihr mal mitraten in den Kommentaren, warum es so ist. In Klammer Spoiler, ich weiß es auch nicht. Aber guckt euch den ersten Wagen an. Also ich vermute ja, dass der Nightshed Wagen einfach dran ist, weil irgendein normaler Wagen ausgefallen ist oder die einen zu wenig haben. Denn diese Garnitur fährt so schon ein bisschen länger rum. Gestern war die zum Beispiel auch. Da habe ich es in der Gruppe drin gelesen. Also das scheint hier manchmal so zuzugehen. So, ich gehe jetzt ein Stück weiter, nur hier hoch auf die Erhöhung. Und von dort aus gucken wir uns dann noch ein paar Züge an, weil ich finde es hier echt geil. Auch wenn die Sonne jetzt ein bisschen rauskommt. Aber kann ja nicht schaden. Ich habe mir schon eine ordentliche Tube Sonnencreme gegönnt auf meinen Nacken. Ansonsten sieht das wieder aus. Ach, schrecklich. Oh, mal etwas anderes. Eine Lokomotion 189. Und dahinter eine Weckron. Richtung Innsbruck. Ich sage immer Richtung Innsbruck, aber die werden wahrscheinlich alle die Umfahrung nehmen. Richtung Kuchstein bzw. Deutschland. Aber sehr schön, mal etwas anderes zu sehen. Auf jeden Fall. So, ich weiß jetzt nicht. Ich werde es wahrscheinlich nicht rechtzeitig schaffen. Obwohl, ne, auf welcher Seite waren die Alt 44? Ah, ne, die Alt 44 von der Rola. Die müsst ihr ja zu uns her schauen jetzt. Also Richtung Brenner ist die ja gewesen. Dann könnte man eigentlich hier bleiben und auf die warten. Ich weiß jetzt nur nicht, wann die kommt. Ob die jetzt nächste Stunde oder übernächste Stunde oder wie das genau abgeht. So, guck, der Güterzug ist so lang, dass man den sogar auf den nicht warten musste. Ich dachte, da unten ist die Gleisanlage. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn hier passiert? Da unten ist eine Gleisanlage? Oder sehe ich das falsch? Und da oben ist der Zug? Was ist denn hier passiert? Also das, ah, das wird ein Anschlussbahnhof sein oder irgendein Anschlusspunkt. Das ist mal verwirrend. Hilfe Gott. Aber schön, der Zug. So. Und jetzt geht es weiter mit Warten. Hier krabbeln übrigens schon wieder überall solche Viecher rum. Das ist hier immer sehr unterhaltsam. Und ein Doppelpack von 186ern. Railpool und Lokomotion mit einem leeren Zünd. Aber es ist schon schön hier. Die Sonne macht fertig. Aber ich will ja nicht rumjammern. Ansonsten fängt es wieder an zu regnen. Und mit dem Regen bin ich ja auch nicht zufrieden. Kann man mir nie zurecht machen hier alles. Aber nee. Das geht alles. Züge kommen auch ein bisschen. Und dann kann man es leben lassen. Und dann geht es weiter. Und genau deshalb habe ich Vertrauensprobleme, was Google Maps angeht. Hier ist dieses Aquaduct, geht hier hinten rüber, ich gucke mir hier nur diese Strecke gerade an. Das hier ist jetzt Richtung Brenner, da oben auf dem Weg standen wir gerade eben. Also das ist hier ein bisschen, also das ist nicht das optimalste, auch hier Richtung Brenner, entweder sind hier die Oberleitungsmasten dann im Weg und hier halt die Mauer. Fotografieren geht schon, man könnte halt hier auch die Kamera draufstellen zum Film. Also irgendwie geht es schon, aber es ist jetzt nicht das Beste, Achtung Hochspannung. Aber es sieht schon, sieht schon geil aus. Und nochmal ein Autozug mit Lokomotion 189 und dahinter eine 186 Railpool. Ich warte jetzt eigentlich auf die Alt 44, weil ich Hoffnung habe, dass die jetzt mit ihrer Rola kommt, aus Richtung Innsbruck. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt kommt oder nicht. Mit der Sonne kommt der Wind, ich bin jetzt ein bisschen weiter Richtung Steinach, Innsbruck. Und hier habe ich dieses, äh, diese Verladerampe gesehen. Die ist wirklich, also das ist wirklich irgendwas zum Verladen, das geht hier auf dem Gelände. Finde ich recht cool. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hingelaufen bin, aber ich glaube, das ist Steinach. Ich bin mir nicht sicher, da müsste irgendwo ein Bahnhof sein. Den gehe ich erstmal suchen und daneben ist ein Supermarkt und den gehe ich noch dringender suchen. Hier übrigens Padastertal und irgendwo hier verläuft dann der Brenner Basistunnel durch, Richtung Sankt Jodok, wo wir auch herkommen. Oder unten ist ein Güterzug. Joa. So, ich nehme das gerade mit dem Handy auf, weil ich die Kamera eingepackt habe. Ich bin jetzt hier am Bahnhof und ich bin gerade angekommen, also ich bin nicht mehr angekommen, ich bin noch hier auf dem Weg und in dem Moment rauscht die L44 mit ihrer Rola rüber. Gut, dass ich nicht gewartet hätte, weil sonst müsste ich jetzt noch warten. Und das ist jetzt eine Dreiviertelstunde vergangen. Ich bin jetzt hier am Bahnhof, hinter mir steht die S-Bahn nach Halle in Tirol und ihr seht hoffentlich gleich wieder alles, oh die ist weggefahren, ups, dann habt ihr die nicht mehr gesehen. Schade. Und ihr seht jetzt gleich alles wieder mit der normalen Kamera, glaube ich. So, wir sind jetzt angekommen in Grias am Brenner, mit der S-Bahn Richtung Brenner. Das hier ist jetzt sozusagen der Bahnhof zwischen Brenner und Sankt Jodok, wo wir gerade eben waren. In Steinach war ein bisschen zu viel los, da waren Bauarbeiten, die Ansagen funktionieren nicht, beziehungsweise die Züge werden zu spät durchgesagt. Alles ein bisschen wild dort am Bahnhof, deshalb habe ich mir nur ein paar Sachen zum Snacken genommen und jetzt sind wir hier. Das letzte Mal, als ich hier an dem Bahnhof war, bin ich übrigens auch froh. So, hier haben wir jetzt die S-Bahn von Brenner Richtung Innsbruck. Mit Ende in Würgel. In dieser S-Bahn, die enden immer unterschiedlich. Manche bis Hochfilzen, manche bis Innsbruck, manche bis Kuhstein, manche bis Würgel. Das ist hier ein dumm und dämlich, wenn man die alle auskennt. Äh, auswendig kennt. Aber ja, gibt's alles. So, und dahinter können Güter sein, aber ich warte eigentlich auf Güter aus Richtung Innsbruck. Das ist hier ein dumm. Ja, nice. Daran habe ich gerade Null gedacht, aber das war ja logisch, dass ihr auch nochmal zurückkommt. Die Roller mit der L144 hinten dran. So, ich weiß nicht, aber ich glaube heute ist ein bisschen ein schlechter Tag für die Züge, weil heute echt ein bisschen wenig los ist. Ich habe halt die letzten Tage immer in der Gruppe mitgelesen, da war mehr los. Und ja gut, das meiste Zeug kommt erst jetzt, weil es halt aus Italien startet und bis es dann mal hier am Brenner ist, dauert es halt. Und ja, dann wird das schon irgendwie, keine Ahnung. Aber mal sehen. Ich bin jetzt noch ein, vielleicht zwei Stunden hier. Und danach geht's zurück. Eine Stunde vergangen, der nächste Regio Richtung Brenner. Oh Gott ey. Ja, jetzt kam die letzte halbe Stunde knapp nichts an Gütern. Mal gucken, ob hinterm Regio irgendwas ist. Äh, naja. Jetzt bin ich mal gespannt. Rein theoretisch müsste der ja gleich wieder zurückkommen. Der ist ja in 10 Minuten nicht mal am Brenner drüben. Also gerade will irgendwie nichts kommen. Hinterm Regio ist nichts. Vom Brenner runter kommt nichts. Ich weiß auch nicht. Macht mich so langsam ein bisschen... Und... Uff. Norddeutscher Rundfunk 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und somit würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder für dieses Video. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut und ciao.